Sie schreit keine Stille aus, die kein Schweigen ist. Sie schreiben Poesier, nicht in dieser, wo ihr Morgen ist. Ihre Stimme ist frisch, ich brauche die Gedanken nicht faul sind. Hier werden Konturgüter angebaut. Im Ladifant, die Korrake, junge Männer marschieren auf dem Teppich, ohne die Geschichte unter ihnen zu kehren. Nein, es ist ohne die Geschichte wegzukehren. Ihr Keben am Morgen, dann glauben Sie an alles, was sie umgibt. Nein, ich sehe gar nicht, ob da alles, was sie nicht mehr umgibt. Nein, ich sehe gar nicht, obwohl sie eine Geschichte wegzunehmen wird, Ja, der eigentlich ist nicht mehr umgibt.